Hallo meine Freunde, mein Name ist Tomageddon und willkommen zurück zu Cry of Fear. Ich schätze mal, wir müssen jetzt hier raus, in der letzten Folge haben wir wieder einiges erlebt, zum Beispiel die Riesen da. Ich weiß immer noch nicht, wofür die da waren. Auf jeden Fall ist hier ein Selbstmord-Dattentäter, deswegen schätze ich mal, dass wir dort oben in die Tür rein müssen. Sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Und ich würde hier echt gerne hoch, aber das funktioniert irgendwie nicht. Warte. Ah, Mist, Selbstmord-Dattentäter, erschieß dich. Der hat doch in der Luft geschwebt, oder nicht? Das war keine Einbildung, das war keine Einbildung. Ich höre Geräusche, aber ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich schätze mal, aus der Mülltonne die brennen. Ich weiß auch nicht, wieso hier eine brennende Mülltonne ist in der verlassenen Stadt. Ich gucke mich trotzdem mal um, denn ich habe den Tipp bekommen, viel auf den Boden zu gucken, denn hier können Spritzen etc. liegen, deswegen. Gut, gehen wir hoch und schauen mal in die Tür hinein. Problem ist jetzt. Ich weiß nicht, wieso mein Handy nicht funktioniert. Ich habe die Batterie doch benutzt, verstehe ich nicht. Scheiße. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll ohne Batterie. Ich habe auch... Bring zwei Sicherungen nach Henson Square. Eine davon in 6. Avenue. Ah, okay, ich habe es verstanden. Eine Sicherung haben wir noch, Dings. 6. Avenue, wo war die? Ach, wo war die? Wo wir die erste Sicherung reingepackt haben, sagt bloß, wir müssen wieder hier durch. Ja, wir müssen wieder. Warum leuchtet hier so eine Lampe? Gut, ich habe die Lampe auf jeden Fall nicht angemacht. Nice. Was liegt hier? M16-Magazin, geil! Ich mag die M16 total gerne. Gut, hier können wir nicht lang, also müssen wir wahrscheinlich zu den Riesen. Denn wir müssen eine Fuse abholen. Aber ich glaube, die eine Fuse können wir da aus der U-Bahn mitnehmen, oder? Ah, das Problem ist, wo war die U-Bahn? Ich habe es vergessen. Gut, wir müssen erst an den Riesen vorbei. Die Michael Myers Typen haben wir ja schon erledigt. Oh! Das waren die also! Okay. Okay, ich habe mich erschreckt. Ich bin wach. Ich nehme gerade wieder früh am Morgen auf. Es ist momentan total dunkel draußen. Deswegen habe ich so gedacht, nutz mir, fick dich, die Chance. Aua, nein! Wir sind sofort... Hallo, ich kann mich nicht... Spielback! Nein! Gut, es reicht, wenn der Riese uns mit einem Schlag ausknockt. Geil, wir werden uns wieder das Magazin hier abholen. Zack! Der Selbstmordattentäter ist wieder da, ne? Mist! Aber ich weiß immer noch nicht, warum die Batterie des Handys nicht funktioniert hat. Notfall müssen wir uns jetzt die Riffles abholen. Die waren in der U-Bahn. Ich meine, da war die U-Bahn. Dann gehen wir jetzt erst zu der U-Bahn. Das wird jetzt auf jeden Fall rätselhaft, das Spiel. Ich schätze mal, dass wir auch nicht mal so schnell durchkommen werden. Gabriela kann nicht hier sein, glaube ich zumindest. Das hoffe ich eher gesagt. Ah, jetzt müssen wir den ganzen Weg... Oh, die U-Bahn ist ja schon hier. Geil! Ich hoffe, dass hier keine Monster oder sowas in der Art auftauchen. Aber eine Sicherung müssen wir hier abholen, bin ich mir relativ sicher. So sicher wie die Sicherung. Sorry, die musste ich bringen. Ich glaube, dort hinten war der ganze Spaß. Ich hoffe, dass hier jetzt keine Monster oder sowas in der Art sind. Nein! Glück gehabt! Sprinten werden wir nicht, weil die Stamina von Simon hier im Spiel echt schnell aufgebraucht ist. Das ist unnormal. Gut. Links ging es jetzt hier lang. Ich glaube, da haben wir die Riffles bzw. die Leuchtstäbe hingeschmissen. Ja, da sind schon welche. Aber weit und breit keine Batterie. Ah, fuck. Jetzt müssen wir irgendwas ablegen. Oh, ich will aber auch nicht die Dings... Ah, Handy. Das Handy können wir nicht ablegen. Oh, Mist. Oh, was sollen wir... Was sollen wir die Sniper ab... Oh. Es tut mir leid, Snipey. Ich hole dich wieder. Ich hole dich wieder, Snipey. Okay, drei haben wir. Wir speichern mal, drei Stück haben wir und ich glaube nie im Leben, dass das reichen wird. Vor allem, wir brauchen sehr viel Licht hier im Cry of 4. Denn das ist ein wirklich dunkles Spiel. Ich habe die Helligkeit von diesem Spiel schon auf Maximum getan. Das habe ich nicht getan, weil ich eine Pussy bin, sondern damit man das im LP besser sieht. Denn mein Schneideprogramm, mein jetziges, kann sowas nicht erfüllen. Okay, die Leiche liegt ja immer noch, die der Doktor jetzt zurückgelassen hat. Mein Schneideprogramm kann das Licht bzw. das Bild nicht heller machen. Und deswegen habe ich hier die Helligkeit auf Maximum gestellt. Ich hatte das Problem schon mal. Ich habe damals SCP-087-Biel im Hashtag CreepySaturday gespielt. Und da konnte man nichts sehen auf dem Handy bzw. auf dem S5 schon, aber auf älteren Handys nicht. Und ja, das war das Problem im Endeffekt. Denn viele meiner Nutzer schauen auf dem Handy. Moment mal. Schade. Dann ist der Schlüssel nicht dafür da, aber wofür ist der Schlüssel sonst da? I don't know, wir können nur schätzen. Gabriela? Nein, Gott sei Dank. Gabriela hatte mich in der letzten Folge richtig erschreckt hier an der Stelle. Äh, Westbitt Gardens, Preston Road. Wenigstens sind hier ein paar Schilder, damit wir uns zurechtfinden können. Denn hier haben wir das Ziel. Bring zwei Sicherungen nach Hanson Square. Eine davon ist in Sexton Avenue. Sexton Avenue, da waren wir schon mal, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie es da lang geht, ist das Problem. Ja, sonst muss ich mir ältere Aufnahmen mal anschauen. Und vielleicht ist das dann da im Endeffekt. Okay, es hat geklappt. Warum schwebst du? Warum schwebst du? Warum schwebst du? Oh, der macht mir aber Damage, ey. Danke für das Magazin. Und hoch geht's in die dunkle Gasse dort oben, beziehungsweise in den dunklen Raum. Oh, ich will da nicht rein. Das ist so fucking creepy. Okay. Oh, das ist so mega dunkel. Das ist so mega dunkel. Und die Atmosphäre wird wieder besser. Die Atmosphäre... Oh, ich mach mir jetzt in die Hose und ich nehm vormittags auf. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Geht gut so. Geht nicht auf. Ja, fuck, geht's auf. Das Problem ist auch im Endeffekt, die Fackeln bleiben nicht Ewigkeiten an. Geht's hier raus? Du hast das Schloss aufgesperrt? Hä? Was soll das? Ich will eigentlich gar nicht... Jason! 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 Michael Myers! Ich bin mir sicher, dass wir hier drin bleiben müssen, oder? Ich bin mir sehr sicher. Und solange die Fackel leuchtet... Mist! Vielleicht finden wir hier eine Handy-Batterie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Spiel mega gut gemacht. Die Fackel werden wir mal wegwerfen, weil es hier eigentlich relativ... Jay! Michael Myers! Michael Myers! Michael! Oh, fuck. Zu viele Michael Myers, der Typ. Nein! Geh doch hoch! Nein! Ah, Mist, 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 Mist. Ah! Noch mehr Michael Myers-Typen. Oh, nee, der Baum. Voll in die Nüsse geschossen. Ähm... Ja, ich schätze mal, hier wird es nicht lang gehen. Die Tür geht nicht auf. Hallo, Baumi. Töte mich nicht wieder. Du hast mich schon mal getötet. Das war echt bitter. Ah, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass der Baum so nah kommt, im Endeffekt. Ähm... Geht's hier durch? Abgeschlossen. Können wir die aufsperren? Hierfür war die Tür, äh... Der Schlüssel also. Okay. Ach. Ich will trotzdem mal bevorzugen, wenn wir jetzt hier lang gehen. Weil es hier noch hell ist und hier so eine Leuchtfackel ist, aber die Leuchtfackel beunruhigt mich eher als... Ähm, ja. Okay. Hier kamen wir schon mal her, ne? Ich glaube, shoppen. Hier kamen wir sowas von her. Speichern! Yay! Oh, das Spiel hat momentan so viele Wege und ich habe keinen blassen Schimmer, wo es lang geht. Da können wir auch durch. Ich gehe trotzdem erstmal zurück. Und schaue die Tür... Ich schaue in der Tür nach. Wo wir gerade reingehen konnten. Mit der Leuchtfackel natürlich und... Hoffentlich wird's funktionieren. Dass wir im Endeffekt zwei Sicherungen haben. Oh, ich bin nervös. Ich bin total nervös. Dual Read plus Waffe. Dual Read plus... Äh, ja. YOLO! Swag! Das wird jetzt ein... Das war ein Fehler, dass ich das direkt angemacht habe. Was? Nochmal speichern? Oh, das kann nicht gut enden, wenn hier zwei Patronen sind. Das kann ganz und gar nicht gut enden. Was war das? Was war das? Was war das? Wir haben jetzt ein kleines Problem. Und zwar, ich glaube... Jeder weiß, dass Feuer bei Wasser ausgeht. Spring rein. Spring rein, Dude. Spring rein. Mäh. Ich hab jetzt ein Problem. Ich hab ein richtiges Problem. Ach, wie soll ich das anstellen ohne Licht? Wie soll ich das denn anstellen? Ne, ich werd was anderes machen. Ich werd erst da lang gehen und... Ich lese mir mal auf einigen Foren bin ich momentan sehr aktiv bei Cry of 4 durch. Warum das mit der Handybatterie nicht geklappt hat... Moment mal. Ich hab ein Plantadeus. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Ähm, Slot 3 war das 3. Ja, nice! Bam, Junge! Gut, ich dachte schon, wir wären aufgeschmissen. Ja, Licht geil! Oh, Gott sei Dank. Ein Glück hatte ich die Idee, das mal zu machen. Denn ohne Taschenlampe hier im Spiel sind wir echt im... Hier kamen wir her, oder? Kamen wir da her? Wie kamen wir her, ne? Wie kamen... Ich würd trotzdem jetzt den Weg bevorzugen. Ähm... Jetzt haben wir umsonst die Sniper weggeschmissen. Wir speichern nochmal. Je öfter man hier speichert im Spiel, desto besser. Und ja, jetzt schwimmen wir. Ich meine, Freibad bei dem geilen Wetter draußen. Mitte Oktober, geil. Zumindestens, ich wollte eigentlich gestern Abend noch ein Part aufnehmen. Allerdings kam ich von der Kirmes und mir war danach so schlecht, weil ich halt auf verschiedenen Achterbahnen war. Wo ich sowas von durchgeschüttelt wurde und wo meine Brust förmlich eingedrückt wurde. Und das war echt schrecklich im Endeffekt. Gut, ähm, wir speichern nochmal. Ich meine, das Speichern dauert hier nicht lange und ja. Viel Glück, Thaddeus. Viel Glück. Oh, das wird schrecklich. Das wird schrecklich. Wenn ich dieses Spiel durchhabe, ne? Also... Dann gilt der Hashtag wieder... Ah, eik, Aramba! Okay, alles klar. Hier sind wieder die Viecher. Da ist doch eins. Man sieht das förmlich. Ich habe eine bessere Idee hier unten. Wir gehen zurück. Und haben keine Angst. Es ist nur ein Spiel. Denkt euch, wir haben den Schlagstock ja nicht mehr. Und jetzt die Atmosphäre gerade, die ist total krank. Oh, buh, 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 buh. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Ah, buh, 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 buh. Oh, das wird so schwer, das Spiel. Das wird... Ich hätte aber niemals gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen im Spiel. Denn das Spiel hat es wirklich in sich. Falls ihr es testen wollt, wie gesagt, auf kostenlos ist das Spiel auf Steam erhältlich. Also einige haben mich auf Steam schon geedit. Könnt ihr im Übrigen auch machen, wenn ihr Bock drauf habt. Da können wir ein bisschen schreiben. Könnt ihr natürlich auch auf Skype machen. oder Insta oder Facebook. Hi. Wenn er stehen bleibt, bitteschön. Gut, äh, geht's hier auch lang? Nein, Gott sei Dank. Rechts. Oh, Mann. Sackgasse. Ah. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst, Mama. Ich hab Angst. Sackgasse? Okay, Sackgasse. Dann wird es wahrscheinlich an der Leiter weitergehen. Wir müssen runter. Noch weiter. Sauber. Nice. Hab ich voll Bock drauf. Kann das Spiel eigentlich noch besser werden? Ich glaube nicht. Äh, wenn wir schon mal dabei sind bei guten Horrorspielen. Zwei Wege. Das mag ich liebend gerne. Oh, sauber. Lalalalalalalalalalalalalalab Ed, man. Hier sind Tausende, ne? Ich seh's. Ich seh die doch im Wasser. Können wir die... Okay. Ich schieß ab jetzt immer auf den Kopf. Scheint mehr zu bringen. Ah. Komm. Ah. Nein. Oder Brustschuss geht natürlich auch. Vier Schüsse braucht man. Heißt, wir können noch einen erledigen und müssen dann nachladen. Und es ist dunkel. Sehr dunkel. Wir laden schon mal nach. Es ist so dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr was im Video seht, aber ich hoffe schon. Die bedürften jetzt nicht rauskommen, wenn es dunkel wird. Ich hoffe es, denn das wäre so creepy. Gut. Wenigstens ist die Atmosphäre komplett weg. Komm, komm her. Gut. Gut. Zu dir. Hi. Was geht? Bam. 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 Ich glaub, die Folge wird heute länger. Zack. 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 Okay. Gut. Gut. Wahrscheinlich geht's hier lang, weil ihr ein bisschen Licht... Ja. Uh. Oh. Oh nein. Oh nein. Wir werden hier einfach austricksen. Man muss den ja noch nicht mehr töten. Ich hab keine Patronen mehr, beziehungsweise ich muss nachladen und kann momentan nicht. Kein Monster, kein Monster. Ich hab keine Patronen, Spiel. Beziehungsweise ich muss nachladen. Lass mir Zeit zum Nachladen oder einen Speicherplatz. Eins von beiden kannst du ja aussuchen. Ja, Zeit zum Nachladen. Ich hab mir einen Speicherpunkt R gewünscht. Ich sollte nachladen. Das ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Wenn wir das tun. Für Nachladen. Okay. Dual Read plus Handy. Wir gehen in die Schlacht. Hallo. Geht's hoch? Ja, es geht hoch. Sehr nice. Je höher, desto besser hier im Spiel. Denn hoch heißt immer Licht. Und Licht ist gut in Horrorspielen. Okay, es ist sehr hell. Das ist manchmal auch gruselig. Alles in diesem Spiel ist gruselig. Und ich hoffe mal, dass... Speichern, bitte. Wo sind wir? Wieder an einem Ort, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Moment mal. Waren wir hier nicht schon? Wir waren hier schon, oder? Something heavy is blocking the door. Irgendwas heftiges? Oh, das will ich gar nicht wissen. Hier geht's auch lang. Und irgendwas ändert sich gerade an der Atmosphäre, wie wir hören. Und wir haben eine Leiter. Oh, Michael Myers, Michael Myers, Michael Myers. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Wir brauchen einen Schlagstock. Oder die M16 müssen wir mal wieder benutzen. Okay. Okay, die Tür geht schon mal nicht auf. Dankeschön. Irgendwas liegt hier. Irgendwas liegt hier auch. Das hat mich wieder erschreckt. Aber wo müssen wir jetzt die Leiter platzieren? Ich hab keine Ahnung. Da können wir wirklich nur schätzen. Da oben, ne? Ja. Nice. Jus. Ja, ich wusste es. Mann. Das wird jetzt dunkel, oder? Das wird so dunkel. Bitte im Speicherplatz spiel. Oh, das wird jetzt gruselig. Ich hab gesagt, das Spiel ist schon. Hier waren wir, ne? Das ist das Haus vom Anfang. Das ist das Haus vom Nikolaus. Und der Nikolaus ist Lee. Aber hier waren doch mal Speicherplätze. Da können wir noch durch. Fuck. Oh, hier kam so der übelste Jumpscare damals. Speichern können wir nicht, aber hier ist alles überschwemmt, wie wir sehen. Aber hier können wir durch. Aber ich hab das Gefühl, wir sollen im... Wir können hier nicht umsonst rein. Das ist das ja. Wir können hier... Ich schätze mal... Guck mal, ein Batmonster. Haben wir... Oh, wir haben... Haben wir noch die... Nein, wir haben die Sniper weggeschmissen. Hi, Batmonster. Okay, wir gehen einen anderen Weg. Das wird eine XXL-Folge heute. Ich hoffe, das freut euch. Ich hab Angst. Gut, weiter geht's. Jetzt gehen wir so zack hoch... Und durch die Tür. Jetzt beginnt wieder die geile Atmosphäre. Das... Was bist du denn? Das war ein Geist, ne? Das war ein Geist. Das war ein fucking Geist. Das hat so... Höh? ...gemacht? Wie so in schlechten Spielen? Das Höh? Hat mich voll an Schierungsreisen Zauberland erinnert. An dieses komische Monster da. Da war ein Geist. Da war ein Geist. It's blocking my way. Ich seh's, ich seh's. Ich will trotzdem speichern. Lauf! Ich muss nachladen für das Monster, das hält. Ich hol die M16. Ich hol einfach die M16. Oh, das ist so... Was ist das für ein Schatten? Sag mir, das ist ein Grafik-Bug, bitte. Bitte ist das ein Grafik-Bug. Wir können nicht Dual-Weed-Plus-Handy machen, ne? Scheiße, ja. Gut, wäre auch ein bisschen komisch. Ich dummer Vollidiot, ich dummer Vollidiot, ich darf jetzt nicht sterben! Oh, Mann! Nachladen! Oder eventuell können wir da hochspringen. Das kann sogar auch sein. Oh, ich bin gerade sowas von nervös. Ich bin froh, wenn die Aufnahme vorbei ist. Mann! Oh, nein! Oh, nein! Ich will speichern! Das ist der Raum von Pedo, ne? Warte mal, wie viel Leben haben wir noch? Oh, soll ich jetzt... Wenn ich jetzt sterbe, das wäre das Bitteste, was mir je hier im Spiel passieren könnte. Und, ja, da müsste ich einiges machen. Zu viel. Dual-Weed-Plus-Handy. Hoffen. Hoho! Okay. Was ist... Nein, 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 nein! Woher kam das Ding? Woher kam das Ding? Oh. Ey, wie lange nehmen wir noch eigentlich schon auf? Das würde mich jetzt voll interessieren. Wir nehmen jetzt... 22 Minuten auf. Okay, überlegen auf jeden Fall. Das ist aber egal. Das Ding ist so fucking creepy. Das ist... Das hat erstmal so ein Deichkind-Dreieck auf dem Kopf. Nein! Nein! Ja, wir können jetzt einiges in der nächsten Folge machen und warum hat mir das Spiel denn kein Speicherplatz geboten? Ich meine, das war so gruselig und, ja gut ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge ich werde das, was ich bis jetzt gemacht habe, überspringen und ich sehe dich in der nächsten Folge Bye, bye